Prominenter Besuch hier in Leipzig auf dem Parteitag der CDU. Vitali Klitschko ist bei mir. Was macht ein Boxweltmeister bei der CDU auf dem Parteitag? Ich bin heute als Parteiführer angeladen, weil die CDU unser Partner in Dukhain ist. Gefällt es Ihnen? Ja, gefällt mir sehr. Das ist sehr interessant und wir lernen sehr viel, wie es mit der Hilfe von der Konrad-Adenauer-Stiftung funktioniert. Wir haben sehr viel gelernt und heute dabei zu sein ist eine gute Erfahrung für uns. Sie haben gerade die Rede von Angela Merkel gehört. Wie fanden Sie die? Sehr beeindruckt. Haben Sie viel verstanden? Ich habe alles verstanden. Sehen Sie doch, seit fünf Minuten Leute stehen und applaudieren. Nicht umsonst. Sie ist eine super Rednerin und alle Messungen, die sie gebracht hat, glaube ich, alle Leute haben genau die gleiche Meinung. Wen werden Sie noch treffen auf dem Parteitag hier? Noch einmal bitte. Wen werden Sie noch treffen auf dem Parteitag? Ich habe kein Ziel, jemanden zu treffen. Ich hoffe, ich habe eine Möglichkeit, ein paar Worte zu wechseln mit Bundeskassnerin, auch mit Verantwortlichen von CDU und einfach mit drei Mitgliedern, einfach mit Menschen zu sprechen, ist auch schön. Dankeschön. Viel Spaß noch. Vielen Dank.